Ich stehe jetzt so da nach dem Spiel und weiß trotzdem nicht, warum wir 0-3 verlieren. Das Spiel darf es dann an sich nicht verlieren. Aber die Bundesliga ist gnadenlos, die bestraft natürlich Fehler sofort. Das Momentum pendelt momentan gerade nicht zu unseren Gunsten aus. Das ist einfach so, wir können das Tor machen, haben glaube ich eine aktive erste Halbzeit von uns gesehen und kriegen dann zwei saudumme Tore. Wir haben heute guten Fußball gespielt und auf einmal steht 2-0, keiner weiß warum. Da sind wir ein bisschen selber schuld, weil wir es einfach verpasst haben, in Führung zu gehen. Ich bin natürlich bitter enttäuscht, jetzt haben wir wieder drei Tore kassiert. Das ist natürlich auch nicht angenehm für mich, das ist natürlich bitter. Das schlafen wir heute nicht können, ich glaube. Da werden wir so viele Sachen heute durchgehen, so viele Möglichkeiten, was wir verabsorben haben. Ich denke, wir haben heute guten Fußball gespielt und auf einmal steht 2-0, keiner weiß warum. Wir haben drei Punkte aus fünf Spielen, das ist zu wenig, das ist kein optimaler Start, das wissen wir alle. Wir müssen einfach gucken, dass wir die Moral weiter behalten und an uns weiter glauben, auch an die Spielweise glauben und müssen da die Fehler abstellen. Diese Partie haben wir verloren, unnötig, aber wir haben es verloren, das ist Fakt. Und einfach Köpfe wieder hoch, Brust raus, ich glaube, kicken können wir und das werden wir gegen Wolfsburg hoffentlich unter Beweis stehen und einfach kaltschnäuziger werden und dann hoffe ich, dass wir uns auch einfach belohnen. Danke dir. Danke dir.